Heute fliegen wir von Fino nach Neuhardenberg ca. 20 Minuten auf Kurs 1, 2, 5. Neuhardenberg liegt einige Kilometer östlich von Berlin auf halbem Weg nach Fohlen und wir waren da noch nie und schauen uns das mal genau an. Der Konar ist 1024 und die Bisse fuhr 8 in der Betrieb. Herr Dr. Bravo, Wolfram Charlie zum Wollerrissen vor 8. Herr Dr. Bravo, Wolfram Charlie bis auf 8. Herr Dr.inet inchмиarrer Herr Dr. Bravo, Wolfram Charlie bis auf 8. Uhau,uyorl�', respiratory'er Gldag. Herr Dr. Bravo, Wolfram Hamilton kaputt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du siehst das ist alles gut. So ich kann ganz genau ziehen wo wir hinwollen. Und jetzt reicht es aber schon. So. Am Ende ist hier immer so ein bisschen runter. So. Na ja. Na ja. Geht auch besser aber war okay. Wieder kurz vor der Halbbahn. Hat am Arsch nicht wehgetan. Oder? Hat es dir wehgetan? Nö. Und du siehst, es bleibt so lange möglich auf zwei Rädern, weil das vorne ist halt das empfindlichste Rad. Dann raus. So. 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 So.